Einweiß und noch ein Einweiß im Graum. Der Kleinkuh in Grau, der Kleinkuh im Grau, der Kleinkuh im Grau, der Schwarz, der Zwerg im Grau, der Schwarz, der Zäugnraum, der Krieger, der Krieger Spaniel, der Krasnöken, der Karolini, der Krasnöken, der Karolini, der Krasnöken, der Krasnöken, der Postenkerrier, die Französische Bulldogge, der Chainscress, Dr. Paule, der Husky-Toy und der Abschlussfachter Chilawa. Bei der Krasnöken sehen Sie jetzt bei der Kugel 9, bei den Kleinkohsen, wie fließendig diese Kugelkugel sein kann, obwohl das absolut nicht alle Fahnen sind, die wir hier erinnert haben. Bei uns bleibt der Rosse und den Weiß. Was ist der? Was? Bei uns bleibt der Schindlund. Den anderen dürfen Sie den Jungen bestem gratulierend machen, denn ich werde die Kommission her付iert. Die Kurve und die Postenkerin, die Kurve und 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 die Kurve. Und holen. Vielen Dank.